Unsere Demokratien sind wie die Titanic, scheinbar unsinkbar, mit dicken Wänden, die ihre Passagiere, ihre Bürger vor der Willkür des Staates schützen sollen. Mit einem Kurs, der immer die grundlegendsten Menschenrechte vor Augen hat. Scheinbar. Ein Eisberg unfassbarer Größe kreuzt ihren Kurs am Horizont. Auf seiner Spitze die Fahnen multinationaler Konzerne. Geballt und intransparent die Masse des Eisberges, die unsichtbar unter der Wasseroberfläche unsere Gesellschaft in ihren demokratischen Grundfesten bedroht. TTIP, CETA und TISA sind der Eisberg, der unsere Demokratie kentern lassen wird und mit der eisigen Hand des globalen Kapitalismus die soziale Marktwirtschaft in den Abgrund reißt. Das Bild der Titanic mag übertrieben sein. Vielleicht reicht auch schon das Gleichnis des trojanischen Pferdes. Eins ist aber sicher. TTIP, CETA und TISA sind die Nachkommen des ACTA-Zombies, den wir vor vier Jahren auf den europäischen Straßen besiegt hatten. Doch die Konzerne und ihre Lobby in der Europäischen Kommission haben seitdem dazugelernt. Sie haben aufgerüstet. Sie setzen Nebelkerzen und rhetorische Blendgranaten ein. Sie versuchen es mit Zuckerbrot und Peitsche. Sie locken mit neuen Jobs und Wachstum. Studien sollen dies belegen und untermauern. Sie drohen mit dem Kampfbegriff des Handelskrieges gegen Russland und China und beschwören die Handels-NATO zum Schutz unserer wehrlosen Gesellschaft. Alles nur mit einem Ziel. Sie wollen hinter unserem Rücken ein völkerrechtlich bindendes Freihandelsabkommen unterzeichnen, aus dem es kein Zurück gibt. Und das gibt es nicht. Denn sobald TTIP beschlossen und erschrieben ist, kann es demokratischen Willen im eigenen Land beugen. Und es kann nicht zurückgenommen werden. Nationale und europäische Gesetze müssen dann diesem Völkerrecht bedingungslos gehorchen. Das mag übrigens nicht verfassungskonform sein. Aber wen kümmert's, wenn es um das globale Hase- und Igelspiel, das Wirtschaftswettrennen geht? Die Vertreter unserer Demokratien in Europa und den USA opfern dafür Bürgerrechte, ja sogar Menschenrechte. Es geht um lukrative Deals. Und unsere eigene Regierung hat sich bereits im Koalitionsvertrag auf das Freihandelsabkommen eingeschworen, bevor sie es überhaupt kannte. Doch mehr zu den Inhalten des Abkommens. Die intransparente Investorenschutz-Schiedsgerichtsbarkeit, kurz ISDS, hebelt die Demokratie aus und macht Staaten zu wehrlosen Spekulations- und Klageobjekten. Dabei ist dieses Klagerecht ein Relikt des letzten Jahrhunderts. Es sollte Investitionen in Diktaturen schützen. Heute ist es längst der Pressungshebel gegen gesellschaftlich gewachsene Standards, Daseinsfürsorge und sogar soziale Gesellschaftsverträge wie Mindestlohn und Streikrecht. USA und Europa sind aber keine Diktaturen und ein funktionierendes Rechtswesen zum Schutz von Investitionen gibt es auch. Demgegenüber möchten Konzerne gern die Kommerzialisierung von Grundrechten wie Ausbildung und Weiterbildung Kunst und Kultur vorantreiben. All die Standards und Regeln unserer Gesellschaft, ihre Schutzwelle sollen auf niederstem Niveau begradigt werden. So wie natürliche Flussbette, die man begradigt und dann im reißenden Fluss schnell mit großem Profit ans Ziel zu kommen. Mit kolossalen Schäden für die Umwelt und Natur, mit unkalkulierbaren Überschwemmungsgefahren entlang der betonierten Flussläufe. Die Kosten, das Risiko trägt die Gesellschaft, nicht jene Konzerne. Es geht zu Lasten der Verbraucher, zu Lasten des sozialen Friedens, zu Lasten einer so dringend benötigten globalen Solidarität. Doch bleiben wir erst einmal bei der Solidarität in Deutschland. Sind zum Beispiel die Lohnuntergrenzen weiter nach unten geklagt, sind die staatlichen Transferleistungen für die, die von ihrer Arbeit nicht leben können, wie eine direkte Finanzspritze in die höheren Gewinne der Unternehmen, die sie dann ihren Aktionären auszahlen. So einfach ist das. Dem nicht genug. Neben dem drohenden Investorschiedsverfahren setzt der sperrige Begriff Regulatory Cooperation noch eins drauf. Und den Gesetzesgeber vor die Tür der eigenen Parlamente. Er hängt sie wie Marionetten an die Fäden der Konzerninteressen. Konzerne können dann unliebsame Gesetzesinitiativen vorab bewerten und gegebenenfalls mit der Androhung von Investorschiedsklagen aus dem Weg räumen. Die Demokratien werden zur Makulatur Rheinmarktdiktats. Zuerst der Markt, dann der Mensch, könnte man sagen. Der Mensch ist nur existent als Konsument. Dem nicht genug. Das Internet wird mit TTIP zum Umschlagplatz, zur legalen Hehlerstube für private Daten. Der Datenschutz wurde im Handstreich aus den Verhandlungen genommen. Die lapidare Erklärung? Nach den Edward Snowden NSA-Leaks würde man sonst keine Einigung erzielen. Wenn Daten im freien Fallen multinationalen Konzernen zufallen, wenn dem freien Datenfluss aus der Privatsphäre immer Vorfahrt gewährt wird, dann ist der gläserne Bürgerstandard. Das bedeutet, absolute Freiheit und Selbstbestimmung für Konzerne wie Google, Amazon, Apple und Facebook über die Daten ihrer Benutzer. Verkehrsverbindungs- und Bankdaten werden zur freien Handelsware, egal ob Schufa-Auskunft, Bewegungs- und Nutzerprofile oder Surfgewohnheiten. Im digitalen Zeitalter, in dem Handel und Kommunikation zu 100% im Netz stattfinden, kann es ja darf es kein Freihandelsabkommen ohne restriktive Datenschutzrichtlinien geben. Der Privatsphäre droht mit TTIP ein global gläserner Bürger. Der Anfang vom Ende freier Meinungsäußerung. So lasst uns wachsam sein. TTIP allein zu Fall zu bringen, ist ein Pyrrussieg. Denn CETA, das kanadisch-europäische Freihandelsabkommen, ermöglicht die Heuschreckenflüge transnationaler Konzerne über Tochterfirmen in Kanada. Kein TTIP, kein CETA und kein Teaser. Ohne breite Bürgerbeteiligung und Offenlegung aller Akten müssen wir fordern. Schluss mit bilateralen Sonderwegen in einer Welt, deren Probleme nur global gelöst werden können. Schluss mit Hinterzimmerpolitik, wenn die digitale Revolution alle Menschen einbeziehen könnte. Stopp, TTIP, CETA und Teaser. Zuerst der Mensch, dann der Markt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Bitte teilt die Informationen dieses Videos mit euren Freunden. Ich habe auch noch ein paar Videos in verschiedenen Sprachen zu TTIP produziert. Bitte helft mir, diese zu verbreiten. Danke und bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank.